Hey Leute, willkommen zurück hier bei StreamOptics in einem neuen Video und tatsächlich in unserem ersten Video im Jahr 2024, beziehungsweise das erste Video, was wir dieses Jahr aufnehmen. Und ich freue mich tatsächlich riesig, denn wir sprechen heute über die neue Kamera von Cartovision, und zwar der Cartovision KT UH-71. Tatsächlich wieder mal so ein Name, mit dem man im Zweifel gar nichts anfangen kann. Und deswegen sind wir heute da, um euch ein bisschen zu zeigen, was die Kamera kann und was sie tatsächlich an Besonderheiten so mit sich bringt. Und tatsächlich ist das die Kamera, die bei uns nun in unserem Setup verwendet wird. Wir haben nicht nur ein festes Setup bei uns hier im Office, sondern tatsächlich mittlerweile auch ein mobiles Rack, mit dem wir dann tatsächlich mal unterwegs sind. Und auch da bekommt diese Kamera nun einen Schwerpunkt, beziehungsweise hier wird die nun verwendet. Deswegen freue ich mich, dass wir darüber heute mal in Ruhe sprechen und ich euch zeigen kann, warum wir uns für diese Kamera entschieden haben. Und vor allem, welche Besonderheiten sie tatsächlich hat. Denn die Kamera hat tatsächlich einiges zu bieten. Denn die Kamera hat tatsächlich einiges zu bieten. Und hier jetzt mal gesagt, wir gehen zunächst einmal den Punkt durch, den man vermutlich als erstes anspricht, wenn man die Kamera auspackt. Denn wir sprechen über optische Aspekte und natürlich auch Verarbeitungsqualität. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem letzten Punkt an. Und zwar Verarbeitungsqualität. Und es ist tatsächlich wieder einmal so, dass auch diese Kamera richtig hochwertig bearbeitet wurde. Die Mechanik, mit der die PTZ-Rotation erfolgt, ist genauso wie ich das auch schon bei den Marsche-Kameras angesprochen hatte, richtig gut. Das heißt, wenn sie mal in Bewegung ist, sogar beim Zoom hinein und hinaus, ist kaum was wahrzunehmen. Also akustisch, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, wenn es bei PTZ-Kameras darum geht, dass man sie ja eventuell regelmäßig in Setups verwendet. Und wenn jemand in der Nähe dieser Kameras sitzt, zum Beispiel bei Live-Veranstaltungen, dann ist das tatsächlich sehr, sehr nervig, wenn man immer so ein Geräusch daneben hört. Das ist bei der Kamera eben nicht der Fall. Und optisch, ich meine, was soll ich sagen, ich mag relativ schlichte Kameras. Und hier ist auf jeden Fall weniger mehr, sag ich mal, mit der einen oder anderen Besonderheit und Nuance, die ich gleich mal anspreche. Denn das finde ich ziemlich geil gelöst, was Carta Vision sich hier hat einfallen lassen. Was wir aber natürlich vorher mal kurz besprechen sollten, ist natürlich der Lieferumfang. Und hier hätten wir zunächst einmal ein USB-Kabel, sofern wir die Kamera tatsächlich mit einem PC verbinden möchten, um darüber dann eben die Kamera zu steuern. Wahrscheinlich eher nur ein kleiner Anwendungsbereich, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, sollte er mal irgendwie auf die Idee kommen, das Ganze so zu nutzen. Darüber hinaus haben wir natürlich noch den Mount, um die Kamera zum Beispiel an einer Wand oder an einer Decke zu befestigen. Wir hätten die Ferndehnung, Netzteil samt Anschluss natürlich auch vorhanden und natürlich noch ein HDMI-Kabel. Ein weiterer Anschluss, den wir an der Kamera finden. Und last but not least das Kabel für die RS-Schnittstelle 232. Naja, für diejenigen, die tatsächlich noch diese Schnittstelle benutzen und eventuell da tatsächlich noch einen Schwerpunkt setzen. Auf jeden Fall genug Anschlüsse, damit jeder was davon hat. Aber da ich gerade über das Thema Anschlüsse spreche, gehen wir es doch einfach mal durch, oder? Wir haben also, wie angesprochen, die RS-Schnittstelle 232, aber eben auch die RS-Schnittstelle 422. Darüber hinaus und links natürlich den USB-Anschluss für die Firmware-Updates, die wir darüber durchführen können, sofern wir das Ganze nicht über den Browser machen. USB 3.0, wie gerade angesprochen, um die Kamera zum Beispiel mit einem PC zu verbinden. Dann die erste Besonderheit, wir haben nicht nur 3G-SDI, sondern ebenfalls 12G-SDI und da sogar zwei Anschlüsse. Das Gute also an dieser Stelle ist, dass wir 4K nicht nur über IP bzw. NDI nutzen können, sondern ebenfalls über SDI. Und für diejenigen, die vielleicht jetzt noch nicht die Möglichkeit haben, in 4K aufzunehmen, weil es technisch vielleicht noch nicht möglich ist, die haben dann eben die Option, erst einmal auf 3G-SDI, also 1080p oder dann runter zu gehen und später vielleicht noch die Möglichkeit, in Erwägung zu ziehen, das Ganze in 4K auszustrahlen. Last but not least, dann natürlich noch, wie gerade angesprochen, den HDMI-Anschluss und natürlich den LAN-Anschluss, mit dem wir die ganze Kamera auch per POE mit Strom versorgen oder eben NDI nutzen, sofern wir das möchten, was ich ja tatsächlich immer empfehle. Ansonsten, neben der Qualität, müssen wir natürlich über die technischen Aspekte sprechen. In dem Fall, ich hatte es gerade schon angesprochen, reden wir über eine 4K-Kamera. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, sowohl über IP, also in dem Fall auch NDI, aber auch SDI 4K zu nutzen. Darüber hinaus eben das Ganze mit 60 Bildern pro Sekunde. Wir nutzen einen 8,3 Megapixel Sony-Sensor. Wir haben einen 25-fach optischen Zoom und mehr oder weniger alle Möglichkeiten, um die Kamera tatsächlich dann zu verwenden, sprich USB, HDMI, 3G plus 12G SDI und natürlich auch noch NDI. Ansonsten hatte ich ja gerade noch angesprochen, dass wir eine weitere Besonderheit bzw. etwas haben, was ich so als kleines Feature oder als Nuance bezeichnen würde. Und da schauen wir uns die Kamera einfach nochmal von vorne an und dann sehen wir hier an den Seiten der Vorderfront, ja ich sag mal so, ja so kleine LED-Leisten. Und was ist das? Das ist die Tally Light Anzeige. Und das ist irgendwie ganz cool, denn normalerweise hat man meistens immer nur so einen Punkt, vielleicht auch mal so einen Strich. Aber hier wurde das Ganze irgendwie in das Design verarbeitet und ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut. Das ist mal was ganz anderes und führt irgendwie dazu, dass die in Anführungsstrichen relativ schlichte Kamera ja nochmal so einen kleinen Keck bekommt. Also ich muss sagen, ich finde es gut. Ist natürlich auch am Ende nicht jedermanns Sache. Generell muss ich sagen, designtechnisch gefällt mir die Kamera super. Ich bin einfach jemand, der schlichte Kameras bevorzugt, wenn es darum geht, die Kameras ja zum Beispiel auch fest in ein Setup zu integrieren. Und da sage ich, ist häufiger weniger mehr. Aber am Ende des Tages natürlich eine rein subjektive Geschichte. Hier hat man sich eben dazu entschieden, ein schlichtes Design zu wählen und dann eben durch so Kleinigkeiten ein bisschen aufzupäppeln. Und ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall ziemlich gelungen. Bei den Marshall Kameras vor einigen Wochen hatte ich mehrfach über das Thema Temperaturen gesprochen. Und Marshall hat sich ja bewusst dazu entschieden, das Design ein bisschen anders aufzusetzen und hier eben die Kameras ein bisschen luftiger zu gestalten. Und der Vorteil hier war natürlich, dass die Kameras extrem kühl waren, obwohl man sie permanent betrieben hat. Hier hingegen haben wir bei der Kamera von KatoVision eben wieder so ein traditionelleres Design. Das heißt, hier ist relativ wenig mit Luftöffnungen gearbeitet worden. Wir haben zwar hier an den Seiten etwas, damit ein bisschen Wärme abgeführt wird, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass diese Kamera wieder so ein bisschen in die Bereiche geht, die wir bei PDZ-Kameras bislang eigentlich immer hatten. Deswegen war ich ja auch bei Marshall so begeistert. Soll heißen, wenn man die Kamera jetzt dauerhaft im Betrieb hat und vielleicht auch höhere Auflösungen nutzt, das heißt, wir eben hier eine erhöhte Leistungsaufnahme haben, dann merkt man natürlich schon eine gewisse Temperaturentwicklung. Nichts Schlimmes, aber vielleicht etwas, was den einen oder anderen interessiert und was vielleicht etwas ist, was KatoVision in Zukunft noch verbessern kann. Denn so viel Raum für Verbesserungen sehe ich bei dieser Kamera tatsächlich nicht. Warum und weshalb ich das so formuliere, das zeige ich euch gleich. Wir schauen uns jetzt aber zunächst einmal an, wie gut das Bild dieser Kamera aussieht und warum wir uns tatsächlich für diese Kamera entschieden haben. Wir schauen uns jetzt mal an, wie gut das Bild dieser Kamera aussieht. Wir schauen uns jetzt mal an, wie gut das Bild dieser Kamera aussieht. Ihr schaut nun weiterhin in die KTU H71 von KatoVision und stellt sich natürlich jetzt die wohl wichtigste Frage, wie sieht denn unser Fazit aus? Und natürlich wäre es jetzt ein bisschen seltsam, wenn ich euch sagen würde, ja, die Kamera ist so, lala, ist Durchschnitt. Denn ich meine, wir haben uns für die Kamera entschieden, deswegen muss sie ja schon vielleicht das ein oder andere drauf haben. Und hier muss ich das Ganze vielleicht so in mehrere Kategorien einteilen. Fangen wir mal zunächst damit an, dass die Kamera ungemein flexibel ist. Das heißt, wenn ich die Kamera beispielsweise per USB verwenden möchte, dann kann ich das. Möchte ich HDMI nutzen, kann ich das ebenfalls. Möchte ich 4K verwenden, kann ich das Ganze über NDI, aber auch 12G SDI durchführen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht die Möglichkeit habe, 4K zu nutzen, dann bleibt mir weiterhin die Option 3G SDI, natürlich HDMI, NDI und USB. Denn da können wir ja dann frei entscheiden, was wir machen möchten. Und eine große Besonderheit, die ich vorhin noch nicht ansprechen konnte, weil ich die Kamera hier vor mir stehen hatte, ist dieses Kontrolldisplay. Ich nenne es mal Display an der Vorderseite der Kamera. Denn das ist so im Grunde genommen die nächste Besonderheit, von der ich ja vorhin schon gesprochen hatte. Oder die letzte Besonderheit. Denn wir haben hier nicht nur die Anzeige unserer IP-Adresse, sofern wir das Ganze eben über das Netzwerk laufen lassen. Das heißt, wir können hier sofort kontrollieren, wie eine dynamische IP aussehen würde. Das heißt, falls ich die Kamera zum Beispiel im Browser suchen möchte, dann schließe ich die Kamera an, warte ganz kurz und dann wird mir vorne angezeigt, wie die Adresse lautet. Und darunter haben wir dann jetzt in dem Fall 4K HDMI. Das heißt, ich weiß, wenn ich diese Kamera per HDMI an einen Nicht-4K-Monitor anschließe, dann bekomme ich im Zweifel kein Bild. Denn die Kamera ist gerade auf 4K eingestellt. Das heißt, auch hier haben wir gewisse Kontrollmechanismen, die uns eben bestimmte Sachen zeigen, ohne dass wir jetzt irgendwie vorher in eine Software rein müssen oder das Ganze zum Beispiel auch mit der Fernbedienung kontrollieren. Wir haben wichtige Informationen direkt an der Kamera selbst. Eine Sache, die ich ziemlich genial finde. Zur Verarbeitungsqualität hatte ich, glaube ich, ja schon vermutlich genug gesagt, aber ich wiederhole mich gerne. Die Verarbeitung ist super, die PTZ-Rotation super angenehm und vor allem sehr, sehr fein einzustellen. Das heißt, hier haben wir alles, was wir möchten, wenn wir über eine PTZ-Kamera sprechen. Das Tally Light ist meiner Meinung nach ein gewisses Highlight. Und ich muss sagen, ich feiere es total. Und bildtechnisch ist es genau das, was wir uns im Grunde genommen erhofft hatten. Ehrlicherweise ist der Sensor nicht auf dem Niveau der Canon CR-N500, die wir im Vorfeld benutzt haben. Aber das möchte sie auch gar nicht. Und die Canon CR-N500 ist preislich ganz woanders unterwegs als die Cartovision-Kamera. Aber bei der Canon haben wir eben gewisse Limitierungen oder Nachteile, die wir jetzt nicht mehr haben. Stichwort 4K nur mit NDI bei der Canon. Denn da haben wir ansonsten nur 3G-SDI. 12G-SDI ist gar nicht verbaut worden. Das heißt, da müsste man sagen, möchte ich 4K nutzen, dann geht das eben nur über die IP-Lösung. Während wir ansonsten bei SDI weiterhin 1080p aufnehmen oder streamen müssten. Das ist bei der Kamera von Cartovision eben nicht der Fall. Ich muss ganz ehrlich sein, das Bild, so wie ich es jetzt hier auch tatsächlich sehe. Ich schaue jetzt gerade mal hier in mein Kontrolldisplay. Ich finde es mehr als ausreichend. Denn wir reden ja hier über eine Kamera in so einem mittleren Preisbereich. Natürlich immer noch eine professionelle Kamera. Da müssen wir uns nichts vormachen. Kein normaler Mensch wird sich eine PTZ-Kamera im Bereich von 3.000 Euro, 4.000 Euro oder mehr kaufen. Denn das ist dann eben schon ein bisschen zu speziell. Aber vor allem in dem unteren Preisbereich, also jetzt sagen wir mal 3.000 Euro, da ist das mal eine ganz schön große Ansage. Und ich bin wirklich gespannt, wie die anderen Hersteller reagieren werden. Denn das Gesamtpaket, was uns die Cartovision-Kamera hier bietet, sucht meiner Meinung nach aktuell seinesgleichen. Und insgesamt bin ich mit diesem Gesamtpaket richtig happy. Das kann ich euch sagen. Also die Kamera ist kleiner, ist kompakter. Sie hat eine sehr, sehr gute PTZ-Rotation. Ist also für mobile Einsätze extrem geeignet. Und bei der größeren Kamera, also von Canon, mussten wir immer so ein bisschen aufpassen, wie wir das Ganze transportieren. Das hier ist deutlich entspannter. Und es passt dementsprechend auch mehr oder weniger ideal in unser Setup. Und die, in Anführungsstrichen, paar Prozent, die wir weniger in der Bildqualität haben, werden durch die anderen Zusätze, die hier eben für uns mehr wert sind, natürlich gleich wieder ausgeglichen. In diesem Sinne, wenn ihr euch für eine PTZ-Kamera im professionelleren Bereich interessiert und ihr der Meinung seid, neben Sony oder Canon oder auch Berto gibt es vielleicht noch die ein oder andere Kamera, die möglicherweise eine Alternative darstellt, aber eben preislich ein bisschen drunter anzusiedeln ist, dann schaut euch doch mal die KT-UH71 an. Denn aus meiner Sicht ein ziemliches Preis-Leistungs-Monster. Das muss ich tatsächlich so formulieren, denn ein anderes Wort fällt mir in dem Fall jetzt irgendwie gerade nicht ein. Falls ihr Fragen zur neuen KT-UH71-Kamera habt, oder falls ihr generell Fragen habt, wenn es um Kameras, um Licht, um Sound oder vieles mehr geht, meldet euch gerne bei uns. Wir helfen natürlich wie immer sehr gerne weiter. Ansonsten schreibt alles, was euch einfällt, in die Kommentare. Liked das Video, das würde uns ungemein weiterhelfen. Und ansonsten sehe ich euch natürlich hoffentlich in einem neuen Video. In diesem Sinne, StreamOptics, out!